Das hier sind die verschiedensten Spielerarten in Minecraft dargestellt. Welche Spielerarten kanntet ihr? Schreibt sie doch gerne mal in die Kommentare. Und seid wie immer der Liker, der aktiv die Videos liked, damit ich weitere coole Videos hochladen kann. Abonnieren und liken nicht vergessen. Let's go! Der einsame Spieler. Wir sehen hier einfach mal den einsamen Spieler. Nur einer ist auf dem Server und er hat ganz viele Hunde und Katzen und Papageie und... Oh mein Gott! Und selbst ein Creeper ist am Start! Nein! Oh mein Gott! Der überfokussierte Spieler. Oh mein Gott! Der spielt hier einfach mal Counter-Strike. Und wir sehen, der flippt so eine Flashbang. Und er wird wohl getroffen und fängt sofort an zu weinen. Schaut euch mal an, wie viel er hier geweint hat. Oh mein Gott! Weiter geht's mit dem Hacker. Und wir sehen, der Hacker kann über Wasser laufen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay! Hau es hier einfach mal einem nach dem anderen Schaf kaputt. Der hat keine Gnade, der Hacker. Der Hacker hat keine Gnade, Freunde! Oh mein Gott! Läuft hier die ganze Zeit durch die Welt? Und kann sogar... Kann er hochfliegen oder was macht er jetzt? Leute, er kann einfach... Er kann einfach fliegen, der Hacker! Hä? Und wer ist er jetzt? Einfach Steve, der auch fliegen kann? Hä? Oh Gott, er wurde gebannt. Das war's komplett. Der Zimp, okay, der Zimp geht auf den Server drauf. Und wir sehen Gamer Girl. Also ein Mädchen geht auf den Server. Willkommen zu Zimp Nation. Also so jemand, der einem Mädel hinterherläuft. Hallo Mädchen, bitte akzeptier mein Geschenk. Okay, die Jungs geben dem Mädel wohl ganz viele Diamanten. Alles, was du haben willst, gehört dir, meine Königin. Oh mein Gott, Freunde. Macht sowas nicht! Seid kein Zimp, Freunde. Oh mein Gott, er... Die geht... Marry me. Heiratet ihr mich, meine Königin? Oh mein Gott. Und dann sagt der eine zum anderen, sie gehört mir. Oh mein Gott. Du wurdest zum Atmen promotet. Also, das war quasi die Sicht aus den Mädeln, ne? Okay. So, der, der, ähm... Wettbewerber oder der, der Turnierspieler. So, und der macht jetzt hier eine fette Ansage gegen den. Haut hier fett in die Tasten rein, okay. Du willst sehen, wie ich Diamanten finde, hat er gesagt. Wie tippt er denn hier in die Tastatur rein, Alter? Ich bin ja fast schwerhörig. Was ist das denn, Alter? Oh mein Gott, in der Zwischenzeit hat der andere schon so eine komische Netherite-Pyramide gebaut. Oh mein Gott. Du bist trotzdem schlecht. Schreibt er in den Chat rein. Oh mein Gott, und der wird jetzt gehauen. Der toxische Spieler. Also, der, sagen wir mal, immer aggressiv wird, ne? Okay, der haut den hier einfach mal kaputt aus dem Nichts. Okay, okay. So, der haut den noch mal kaputt. Warum haut den hier denn immer kaputt, Alter? Der hat denn noch gar nichts gemacht. Der spawnt noch mal, und der haut ihn schon wieder kaputt. Ey, wie, wie, man, musst du... Oh mein Gott, der Typ ist abgehauen. Er schaut einfach... Oh mein Gott. Oh lol, ich bin doch kein Noob, heißt der jetzt, der Typ. Oh mein Gott, und jetzt haut er ihn auch kaputt. Das ist die Rache. Die Heulsuse. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, Freunde. Und zwar sehen wir die Heulsuse. Was macht die Heulsuse? Die machen jetzt hier so erstmal so einen PvP-Kampf. Und der eine verliert auf jeden Fall. Der sagt einfach so... Oh mein Gott, du bist so schlecht. Noob. Ich bin der Beste. Hahaha. Oh Leute, er wurde gemutet. Er kann nichts mehr in den Chat reinschreiben. Weil er ihn getötet hat. Hör auf. Entmute mich. Ich will lieber schreiben können. Hat den einfach mal gemutet. Und haut ihn in die Tasten. Der kein Leben hat. Jetzt bin ich mal gespannt. Der, der kein Leben hat. Baut hier einfach mal ultralangen Obsidian ab. Hat Hunger bekommen. Okay. Hat einfach mal Hunger bekommen. Okay, bin ich mal gespannt. Hat im Kühlschrank gefühlt nichts zu essen. Doch Burritos hat der. Okay. Nimmt sich jetzt hier Burritos. Isst sie anscheinend. Sondern kommt. Wer ist das jetzt hier? Mutter. Möchtest du nicht mal einen Job finden? Fragt sie ihn. Ich habe einen Job. Mutter. Ich bin ein YouTuber. Ist das gerade ein... Oh mein Gott. Die Mutter sagt, ich bin nicht stolz auf dich. Ich bin... Du bist eine Schande. Schreibt die Mutter. Nein. Leute. Und er isst traurig seine Burritos. Der Schuldige. Jetzt bin ich gespannt. Der, der schuldig ist. Was macht er falsch? Was macht er falsch? Er... Sein Kollege ist anscheinend in der Klemme. Und er hätte ihm helfen können. Warum hilfst du mir nicht? Schreibt der Kollege. Er ist nochmal Chat. Lol. Oh mein Gott. Und jetzt brennt das Haus von seinem Kollegen. Hilf ihm doch. Du bist deine letzte Rettung. Du musst ihm helfen. Okay. Der schaut sich das hier anscheinend an. Chat guckt ihn jetzt an. Warum hast du mir nicht gesagt, dass ich... Was? Dass ich nicht Lava in mein Holzhaus packen kann. Oh, Junge. Find uns dein Gehirn. Och Mann. Jetzt hat er einfach mal seinen Diamanten verbrannt. Warum hast du mir nicht gesagt, dass ich erstmal die Lava abdecken sollte? Der heult ihn ja wirklich nur an. Oh mein Gott. Der Spender. Okay. Und was macht der jetzt hier? Der hat hier ein paar Waffen zur Auswahl. Lol. Ach, V-Bugs. Okay. Also aus Fortnite quasi V-Bugs. Und der hat sich jetzt hier so eine Waffe geholt. Ah, der holt sich anscheinend verschiedene Waffen hier ab. Okay. Ich verstehe. Eine. Okay. Ja. Interessant, Freunde. Interessant. Also wir sehen, der kauft sich jetzt hier alle möglichen Sachen. Okay. Das ist jetzt hier irgendwie... Ah, es kostet ein bisschen mehr V-Bugs anscheinend. Und jetzt nimmt er einfach mal die Kreditkarte. Ach, lol. Er spendet quasi einfach die Kreditkarte von seiner Mutter. Hauptsache er bekommt die Sachen. Hauptsache er bekommt die Sachen. Natürlich, Freunde. Hä, was denn jetzt passiert? Hä? Was passiert denn da? Hä? Schlechte Verbindung oder was? Lol. Okay. Der, der immer Risiko auf sich nimmt. Okay. Der ist hier am Ende unterwegs. Und wirft jetzt einfach mal eine Enderperle. Okay. Ein bisschen weiter weg. Oh, schafft er es? Und er scha... Das war knapp. Das war wirklich super, super knapp. Oh ja, Freunde. Der Mobile-Spieler, Freunde. Da bin ich ja mal gespannt. Okay. Der Mobile-Spieler. Der zockt anscheinend auf seinem Handy einfach mal irgendein Spiel. Ich weiß jetzt nicht, was es ist. Oh, goh! Das kam echt unerwartet. Der Streamer, Freunde. Okay. Der Streamer ist vor dem PC. Ich bin so schlecht in dem Spiel, sagt der Streamer. Okay. Macht die Maus kaputt. Oh, ich habe meine Maus kaputt gemacht. Und muss sie aufheben. Okay. Dazu sage ich mal nichts. So, der Camper. Okay. Der Camper. Da bin ich mal gespannt drauf. So, der Camper. Er stellt sich irgendwo hin und wartet einfach, bis alle Spieler reingelaufen kommen. Sodass sie absolut keine Chance haben. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Siehste? Da hat das Campen doch nichts gebracht. Der Boomer. Also der Typ, der immer so alte, der nichts checkt. So, was spielen wir heute, sagt der. Okay. Lass uns Fortnite spielen. So, jetzt kommt da ein alter Opa. Guten Tag, Jungs. Ich spiele auch. Was spielen die? Was spielt ihr heutzutage? Oder was können wir spielen? So Doku. Der Opa sagt, wir können so Doku spielen. Alles klar. Der Gambler. Also der, der quasi immer so Wetten abschließt. Wette, du kannst keine Diamanten finden in einer Minute, sagt der jetzt. Okay. So. Und wenn ich könnte, gibst du mir ein Steak Diamanten. Ne, ach, okay. Wenn er es schafft, kriegt er ein Steak Diamanten. Okay, ich verstehe. So, jetzt bin ich gespannt. Schafft er es, ein Steak Diamanten zu finden? Oh, 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 oh. Ja, das ging schief. Das ging auf jeden Fall schief. Und er lacht ihn aus. Alles klar. Der Noob. Okay. Der Noob erstellt eine Welt. Und, oh nein, er haut sofort den Hund in der allerersten Sekunde. Okay, er geht weiter zum Villager-Dorf. Und er macht das Weizenfels kaputt. Junge, er haut einen Eisengolem. Och nein, ey, das tut ja weh. Das tut ja wirklich weh. Das sind ja alle Fehler, die man machen kann. Er schaut dem Enderman in die Augen. Er baut sich in die Mitte von der Pyramide runter. Oh nein, Alter. Hör auf, hör auf. Boah, das tut ja wirklich weh anzuschauen. Der Süchtige. Okay, was macht der Süchtige? Der Süchtige. Okay, einer joint das Spiel. Hast du nicht noch eine Prüfung morgen, fragt er jetzt? Nee, ich bin gut. Ich muss noch ein bisschen was machen. Okay. Äh, gut. Bis morgen. Ich bin jetzt weg. Sagt er, ich bin weg. So, er joint jetzt am nächsten Tag auf den Server. Und er sagt, der Kollege ist schon immer noch drauf. Hä? Warte mal, ist da eine Prüfung nicht jetzt gerade, fragt er? Und er haut einfach ab. Hahaha. Oh mein Gott. Der Puzzlespieler, okay. Der Puzzlespieler versucht hier also Rätsel zu lösen. Mhm, wir sehen. Der schaut sich hier irgendwie um. Versucht, wie gesagt, irgendwie die Lösung zu finden. Weiß aber irgendwie auch nicht so, wo vorne und hinten ist. Ah, Minecraft Rooms Puzzle Map Walkthrough. Jo, er geht also auf YouTube und schaut sich einfach die Lösung an. Man kennt ihn. Das E-Girl, also so ein Gaming-Gamer-Girl, könnte man einfach sagen. Ich denke mal, das trifft es ganz gut. So, wir sehen hier. Hallo, wir haben gespielt für eine Zeit. Now, jetzt. Okay, okay, okay. Da ist das Mädchen. So, möchtest du dich jetzt in Real Life treffen? Ah, okay. Also, das soll quasi so im Spiel so eine Situation darstellen. Und sagt, das Gamer-Girl, dass wir uns gerne betreffen können. So ein Treffen, die sich jetzt im echten Leben. Das soll quasi das echte Leben darstellen. Und jetzt ist er ja am Brunnen. Einfach mal ein Typ. Hä? Was? Du siehst ja genauso aus wie auf den Bildern, sagt dieser Creepy Guy. Also, dieser komische Typ. Also, das Mädchen war eigentlich ein Typ. So, der Rager, Leute. Okay, der Rager. Da bin ich auch mal gespannt. Der Rager ist hier in einem PvP-Kampf verliert. Das bin ich. Oh mein Gott, er nimmt sich ein Feuerzeug. Oh mein Gott, er nimmt sich ein Feuerzeug. Zündet einfach mal alles ab. Der Typ rastet komplett aus. Nimmt sich TNT. Pack TNT hier rein. Macht alles kaputt. Zündet das TNT an. Alter Schwede. Junge, du tötest dich doch selbst. Er hat sich einfach selbst getötet. Der Perfektionist, Freunde. Der Perfektionist. Was macht der Perfektionist? Der Perfektionist schnappt sich eine Spitzhacke. Eine Holzspitzhacke. Baut sich einmal durch. Okay. So, und er muss erst mal... Oh nein, er nimmt sich... Hä? Er will sich jedes Achievement holen. Oder was? Chronologisch. Oh mein Gott. Was macht er denn? Hä? Er nimmt sich alle Potion-Effekte, die es so gibt. Och, Junge. Alle Achievements. Also alle Herausforderungen stellt er sich. Er möchte alle Trophäen sammeln, die es in diesem Spiel gibt. Der Perfektionist. Oh mein Gott. Und er hat auch kein Leben. Er sieht einfach so aus, sieht er kein Leben. Er stirbt einfach mal. Der Besserwisser. Okay. Da bin ich mal gespannt. So, da sehen wir. Einfach mal, der Bruder kommt gerade neben ihn. Also da rechts ist der Bruder in den Raum reingekommen. Und er sagt, jetzt hör auf, Holz mit der Hand abzubauen. Mach dir noch eine Holzsachse, der dem. Okay. So, nur Noobs benutzen das Rezeptbuch. Oh mein Gott. Der Bruder. Man sieht ihn rechts im Bild. Man gibt ihm hier irgendwelche komischen Tipps und lacht ihn die ganze Zeit aus. Nur Noobs. Hä? Bist du doof? Nur Noobs bauen mit der Axt Dreck ab. Oh mein Gott. Okay. Er nimmt ihn komplett hops. So, der schlechte Verlierer. Okay. Der schlechte Verlierer. Ich hatte dich fast. Ich hatte dich fast, sagt dieser Chat. als dieser andere, der Gegner von ihm. So, haut ihn noch mal kaputt. Also zweimal. Ja, jetzt willst du mich veräppeln. Jetzt willst du mich veräppeln. So, jetzt haut er ihn noch mal kaputt. Okay, du musst hacken. Du musst hacken. Jetzt beschuldet er ihn einfach mal als Hacker. Okay. So, also mehrere Wins später. So, und jetzt ist er einmal gestorben. Okay. Hahaha, du Noob. Ich wusste, ich bin besser als du. Alles klar. So, der Rücksichtslose. Ich bin gespannt. So, jetzt sagt er, schau mir zu, wie ich Parcours mache. Schau mir zu. Okay. Er springt. Er springt. Er springt. Von Dach zu Dach. Und jetzt guckt er. Oh Gott. Er fällt runter. Er geht einfach mal drauf, Freunde. Oh mein Gott. Der Typ, der versucht, sich zu integrieren. Okay. Oder reinzupassen. Lol. Wir sehen, da tanzen einfach mal die zwei. Und jetzt sagt er so, check. Schaut mir meine. Schaut zu, wie ich tanzen kann. Und jetzt? Oh Gott. Der passt ja total nicht rein. Er sieht aus wie der typische Mathe-Typ. Oh mein Gott. Nein, er wird geschlagen von den neun. So, der, der verurteilt wird. Okay. So, der ist in der Bücherei. So, was hattest du für eine Mathe-Note? Fragt Jesse. Eine vier. Sagt Diana. Oh Gott. Und sie schütte den Kopf und geht weg. Was? Ne? Mit Jesse will man nichts zu tun haben. So, gut. Die besten Freunde. Okay. Die besten Freunde in Minecraft. So, wir sehen hier. Eyo, Homie. Ich hab dich gar nicht erwartet, hier zu sehen. Sagt Felix. Ah, komm rüber und setz dich. Setz dich. Sagt Paul. Okay. Was? Und er haut das Mädel einfach zur Seite. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, er ist auf jeden Fall immer da für den Kollegen. So, der Pranker. Oh Gott, der Pranker. Oh, du wurdest geprankt, sagt Tom zu ihm. Haha. Ja, das ging ja echt zügig. Oh Gott. Und was macht er jetzt hier? Oh Gott. Und er wohnt wohl nebenan. Er wohnt wohl nebenan. Ah. Und er wird auch wieder in Real Life geprankt. Was? Er wird auch in Real Life geprankt. Oh mein Gott. So. Der Freund, der immer beschäftigt ist. Okay. Da bin ich gespannt. Möchtest du zum Club gehen heute Abend? Okay. Nee, ich hab zu tun. Okay. Ihr habt also anscheinend zu tun. So, und jetzt. Okay. Und das ist er oder was? Das ist der Typ, der das zu tun hat oder was? Hä? Dann sagt er so, Kollege, hat es nicht was zu tun? Oh, er haut ab. Er haut ab. Ihm wird es unangenehm. Ihm wird es unangenehm. Oh ja. Der Weep. Ist das nicht irgendwie sowas, der so voll Anime begeistert ist? Also, keine Ahnung. Kenne ich mich jetzt, ehrlich gesagt, nicht so aus. Aber, Konnichiwa, willkommen zu meinem Haus. Okay. Gut. Das ist, glaube ich, ein Naruto-Skin, ne? So, okay. Lass uns zu meinem Raum gehen, sagt er jetzt hier, der Joel. Und wir sehen hier ganz viele Anime-Poster an der Wand. Okay. Sas. Und er sneakt und freut sich auf jeden Fall. Der Dumme. Okay. Der Dumme. Jetzt bin ich gespannt. Was macht der Dumme? So. Benutze diese Waffe, um das Geld auszurauben. Okay. Er bekommt jetzt hier eine Waffe gedroppt. So. Jetzt bin ich gespannt. Was macht der Dumme? Was macht der Dumme? So. Er zieht auf ihn. Oh. Er schießt. Hä? Warte mal. Warte mal. Ich glaube, das war nicht der Plan, oder? Benutzt diese Waffe. Ich habe gesagt, bedrohen. Ach so, bedrohen und nicht töten. Oh Gott. Und er tötet ihn auch. So. Der schlechte Einfluss. Ich bin gespannt. Der schlechte Einfluss. Bruder, das ist gut für dich. Er droppt ihn ein bisschen Zucker. Ja, gefährlicher weißer Stoff. Oh mein Gott. Okay. Und alles dreht sich anscheinend. Was ist das denn? Und am nächsten Tag wacht er auf in der Zelle. Mit Recht. Oh. Du bist endlich aufgestanden. Du hast ausgeraubt, gekidnappt und wurdest Mörder in einem Tag. Was? Okay. Die Abenteurer. So. Lass uns mal zu einem abgelegenen Haus gehen. Mh. Nee. Komm, folg mir. So. Die Abenteurer. Oh Gott. Das Haus sieht ja mal richtig creepy aus, Freunde. Alter. Was ist das für ein Haus? Hä? Was ist das für ein Haus? Leute, es ist einfach ein Geist in der Ecke. Geist, sagt er. Henry. Okay. Lass uns Hallo sagen. Und ist gestorben. Nein. Oh mein Gott. Das war keine gute Idee. Der Peinliche. Okay. Was macht der Peinliche? So. Ist das nicht dein Crush? Sagt Dan. Komm. Sprich zu ihr. Du kannst es tun. Du kannst es tun. Okay. Okay. Er geht dahin. Er geht dahin. So. Er sagt. Er geht dahin. Okay. Und er sagt. Hey. Hallo. Mein Name ist Cody. Er macht einfach so ein Fortnite-Tanz im Hintergrund. Oh. Der Komische. Okay. Was macht der Komische? So. Was sagt der jetzt? Menschen können physikalisch nicht. Was? Hä? Irgendwas ganz Komisches sagt der da. Was mit Mathematik und Physik zu tun hat. Okay. Keine Ahnung. Der Verräter. Okay. Was macht der Verräter? Der Verräter. Der macht einfach mal den Reifen kaputt. Oh Gott. Alan sagt. Was machst du da, Kollege? Ich mache ein. Ich mache ein. Ich zerstech den Reifen. Aber sag es kein. Okay. Alan sagt. Okay. Mach ich nicht. Keine Sorge. Was machst du hier? Sagt der Principal. Oh. Der Schulleiter. Und jetzt. Ach so. Oh mein Gott. Er verrät ihn einfach mal. Okay. Okay. Oh mein Gott. Er hat ihn einfach verraten und fliegt von der Schule. Okay. Die harte Nuss könnte man sagen. So. Was haben wir jetzt hier? Der schießt einfach mal die ganzen Pfeile daneben. So. Oh mein Gott. Sein Kollege Finn lacht ihn einfach mal aus. Er sagt. Du Noob. So. Er schießt immer wieder daneben, Freunde. Das sieht ja ganz und gar nicht gut aus. So. Hast du deine Brille vergessen? Sagt er einfach noch zu ihm. Oh mein Gott. Der ist ja richtig frech zu ihm. So. Und wir sehen. Er schießt immer wieder daneben. Hör auf damit, bevor du einen tötest. Sagt er. Oh nein. Er tötet ihn, oder? Und da trifft er natürlich. Ist ja klar. Der Naive. Da bin ich mal gespannt. Okay. Sie laufen zu zweit irgendwie herum. Und jetzt haben die so ein Rune-Portal gefunden. Er schreibt. Du kannst hier deine Spitzhacke reinwerfen in die Lava. Dann bekommst du kostenlose Diamanten. Wird sich ja erstmal gar nicht so schlecht an. Er macht es sogar. Oh mein Gott. Ist er lost? So. Ich hab vergessen zu sagen. Du musst eine Diamantspitzhacke reinwerfen. Was? Und er wirft sogar noch die Diamantspitzhacke rein. Ist er lost? Und er haut einfach mal ab. Er haut einfach mal ab. Oh mein Gott. Der Unzuverlässige. Okay. Was macht der Unzuverlässige? Der sagt, ey, kannst du mir bitte deine Antworten geben? Die sind wohl in der Klausur. Okay. So. Und jetzt ergibt ihn das Papier rüber. Also lässt ihn quasi abschreiben in der Prüfung. Oh Gott. Und der Lehrer ist einfach mal hinter ihm. Oh mein Gott. Oh Gott. Und er... Oh nein. Er gibt es einfach mal zurück. Eben und Jasper. Ihr könnt in mein Büro kommen. Jetzt. Oh. Junge. Der Nörgler. Okay. Da bin ich mal gespannt. Der kommt aus der Toilette heraus. Und Ashley sagt... Oh mein Gott. Was ist das denn für ein... Was ist denn das? Okay. Die heult sich auf jeden Fall die ganze Zeit aus anscheinend. Hä? Oh mein Gott. Jetzt über Karl heult sich Ashley aus. Also die heult auf jeden Fall die ganze Zeit herum. Oh nein. Es springt raus. Es springt raus. Leute. Das war's. Das war's. Lasst nochmal schnell ein Like da. Lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.